Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder kritisiert einem Medienbericht zufolge europäische Staatschefs. Ich hätte erwartet, dass in der Tradition der europäischen Entspannungspolitik wenigstens der Versuch gemacht wird, wie man den Krieg zu Ende führt, sagte Schröder demnach dem Nachrichtenportal The Pionier. Der russische Überfall auf die Ukraine sei gleichwohl falsch gewesen. Dass der Krieg begonnen wurde, ist ein Fehler der Russen. Das habe ich immer gesagt. Es gebe nie Gründe für einen Krieg, aber es gebe geopolitische Erklärungsmuster. Man kann keine Rolle in möglichen Verhandlungen spielen, wenn man als erstes auf volle Distanz geht und die Tür laut zuknallt.